Der Pfälzer Winzer Markus Schneider ist ein Visionär. Warum das so ist, zeigt er uns mit diesem Blau-Fränkisch. Die Rebe ist für die Pfalz zwar untypisch, doch dieser Wein ist voller Kraft und Frucht. Dabei unglaublich kühl in seiner Art, mit einer tiefen Würze, einer verführerischen Weichheit und wie bei allen Rotweinen von Markus Schneider mit einer muskulösen Eleganz. Da kann sich die Konkurrenz aus Österreich wirklich warm anziehen. Meine Empfehlung zu Lamm und Rind.